Hallo Leute, heute mit einem neuen Video für euch und zwar heute mit dem Review zu meinem 27 Zoll iMac Late 2012. Also legen wir auch gleich mal los mit dem ersten Punkt. Ja, ich benutze diesen iMac jetzt schon seit drei Wochen und kann daher schon eine ganz gute Meinung mir über dieses Gerät bilden. Für diesen iMac habe ich ca. 2700 Euro bei Apple ausgegeben. Ja, das ist natürlich sehr viel Geld, aber zu diesem Preis kommen wir auch nochmal im Fazit am Schluss. Also legen wir mal los mit den Specs. Bei der Hardware finden wir folgendes vor. Und zwar habe ich hier drin einen Quad-Core Intel Core i7 Prozessor, dann 32 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB Fusion Drive und noch die NVIDIA GeForce GTX 680 MX mit 2 GB RAM. Und wenn wir uns jetzt mal den iMac von vorne angucken, dann finden wir eine Höhe von 51,6 cm vor und eine Breite von 65 cm. Aber wenn wir uns jetzt mal die Seite angucken, dann sehen wir, dass die Kante unheimlich dünn ist. Und zwar ist diese Kante 5 mm dick. Das war's. So dick ist diese Kante oder besser gesagt dünn, denn man sieht sie bis zu einem bestimmten Winkel gar nicht und danach formt sich halt der iMac etwas rundlicher nach hinten, aber das macht auf jeden Fall einiges her. Da das CD-Laufwerk weggefallen ist, ist dies möglich. Nun ist das LCD-Display näher an der Glasscheibe dran. Wo wir schon beim Display sind, können wir auch gleich noch auf die Auflösung kommen. Und zwar beträgt die Auflösung bei diesem iMac 2560 x 1440 Pixeln. Das ist nach meinem Verständnis eine 2K-Auflösung und ist somit gigantisch. Dann haben wir hier natürlich auch noch eine Kamera eingebaut. Und zwar wäre das eine FaceTime HD Kamera, die relativ gute Bilder macht. Wenn wir uns jetzt mal das Design angucken, dann kann man nichts anderes sagen, außer dass es einfach nur genial aussieht. Dieser iMac ist einfach so gut designt und hat somit einfach das Optimum an Design erreicht. Natürlich, wie sollte das anders sein? Passt natürlich auch die Tastatur und das Trackpad bzw. die Magic Mouse sehr gut zum gesamten Design und geben so einfach einen edlen Look. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen Benchmark-Tests. Und zwar hätte ich da als erstens Geekbench 2 und dann einen Disk-Speed-Test, da ich ja eine Fusion-Drive habe. Und dann zum Schluss noch den Cinebench-Test. Also fangen wir gleich mal mit dem Geekbench-Test an. Und zwar, wie ihr seht, habe ich von Geekbench 2 nur die Demo-Version und kann daher nur die 32-Bit-Tests laufen lassen. Wenn wir das Ganze dann laufen lassen, erhalten wir einen Score von ca. 13.100 und hätten wir den 64-Bit-Test gemacht, hätten wir ungefähr einen 14.000er Wert. Wenn wir jetzt unsere Festplatte testen, dann erhalten wir bei der Schreibgeschwindigkeit ungefähr 280 M-Bits und bei der Lesegeschwindigkeit ungefähr 350 M-Bits. Also das ist auf jeden Fall sehr gut. Wenn wir jetzt zu unserem Cinebench-Test kommen und dort einen OpenGL-Test durchführen, dann sehen wir, dass er hier halt einen kleinen Grafiktest durchführt. Und dabei kommen dann 43,64 Bilder die Sekunde heraus. Und wenn wir jetzt noch einen CPU-Test ausführen, dann rechnet er hier halt eine kleine 3D-Grafik auf, die auf jeden Fall sehr intensiv gerendert werden muss. Und dabei erhalten wir auch einen sagenhaften Score von 7,30 Punkten. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn, falls ihr mit Cinema 4D und desgleichen arbeitet. Also kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, das Fazit fällt folgendermaßen aus. Es ist ein Haufen Geld, den ihr für einen iMac hinblättern müsst, aber ihr bekommt auch sehr viel Leistung. Ihr bekommt nicht nur diese krasse Leistung, sondern auch einen schicken All-in-One-PC bzw. Mac, der auf jeden Fall für Hingucker sorgen wird. Ich bin mit diesem iMac mehr als zufrieden. Er hat alles, was ich von ihm verlangt habe, problemlos erfüllt und deswegen gibt es von mir eine Kaufempfehlung. Natürlich ist es viel Geld, aber das könnt ihr natürlich für euch selber entscheiden. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr das mit einem grünen Daumen nach oben zeigen. Bis dahin, abonnieren, kommentieren und ciao. Bis dahin, abonnieren, kommentieren und abonnieren, kommentieren und abonnieren.